Oh ja, jetzt kommt etwas ganz, ganz Neues. Jetzt kommt etwas ganz, ganz Neues. Ein Spiralschneider. Hatten wir bisher noch gar nicht, ne? Nein. Hatten wir noch nicht und deswegen haben wir gesagt, heute, wo wir ja auch den tollen Blender haben, machen wir, schauen Sie sich das an. Haben wir die Kamera dran? Ja. Ups. Ups. Da habe ich ein bisschen zu weit reingedrückt hier. Ja, habe ich. Also ein bisschen weniger reindrücken. Machen wir die andere dran. Wie schön ist, dass wir hier einen Hebel haben, wo wir eben vor und zurückstellen können. Wir haben zwei Dicken, die wir für den Spiralschneider nehmen können. Ansetzen. Bisschen andrücken. Ja, diese, die will ich jetzt gerade nicht. Warum auch immer. Ach Gott, das kann passieren. Ja, ich sch wohne. Ja. Vielen Dank.